In diesem Video zeigt Ihnen der Trainer, wie er ein Foto eines Brautpaares in der Unterführung in Schwarz-Weiß konvertiert. In diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie ich das Bild eines Hochzeitspaares, das ich vor längerer Zeit fotografiert habe, zum einen in Schwarz-Weiß konvertiere und wie ich hier noch so ein paar Details, die wichtig sind, herausarbeite. Als allererstes werde ich mir mal über mein Schwarz-Weiß-Bedienfeld mein Foto in Schwarz-Weiß konvertieren und werde mal hier alle Regler auf Null stellen und als nächstes das Bild ein bisschen aufhellen. Beschneiden werde ich das nicht, ich lasse es so, das hat wirklich gut gepasst, auch beim Shooting war das alles in Ordnung und jetzt gebe ich hier so ein bisschen über diesen Regler ein bisschen Kontrast drauf. In diesem Fall ist es so, dass der Anzug des Bräutigams sowieso sehr schwarz ist und viele Details hier ein bisschen absaufen. Das ist für mich in dem Fall aber in Ordnung und dabei werde ich es auch in diesem Fall belassen. So eins ist jetzt für mich wichtig herauszustellen, nämlich das ist das Gesicht der Braut, das hier so ein bisschen untergeht. Ich habe ihr beim Fotografieren gesagt, schau bitte ihn an. Dementsprechend ist auch das Gesicht hier im Bild auch ein wichtiges Merkmal. So oder so und deswegen werde ich mal hier reinzoomen in die 1 zu 1 Ansicht. Werde mir meinen Korrekturpinsel mit K holen während das Bild hier fertig lädt. Die Helligkeit ein bisschen hoch stellen, den Fluss ein bisschen zurücknehmen und hier jetzt das Gesicht der Braut einfach ein bisschen aufhellen. Da geht es gar nicht um viel, es geht nur darum, dass ihr Gesicht hier heraussticht beziehungsweise einfach deutlicher sichtbar wird. Natürlich muss ich dann auch die anderen Körperteile mitnehmen, das heißt ich werde jetzt hier auch die Arme so ein bisschen aufhellen, um einfach hier die Haut noch besser zur Geltung zu bringen. Hier werde ich jetzt auch beim Bräutigam noch ein bisschen nachziehen, das heißt hier an den Backen und an der Stirn die Stellen, die noch nicht hell sind und auch hier unten so ein kleines bisschen nachfahren. Wir schauen uns das jetzt mal in groß an. Ich drücke die Taste H, um diesen Bearbeitungspunkt auszublenden und wir sehen auch hier unten, dass das hier in Lightroom dann auf nie geendet wird. Und jetzt wirkt natürlich das Gesicht und die Szene nochmal ganz anders als zu Beginn. So, jetzt werde ich hier mal noch eins tun. Hier oben wird dieser Rand ein bisschen aufgehellt, da wird wahrscheinlich das Licht von einer anderen Lampe reinkommen. Da werde ich noch einen Korrekturpunkt nehmen, den werde ich natürlich ein bisschen dunkler machen und dann hier oben ein bisschen abdunkeln, dass es passt. So, jetzt werde ich hier mir noch die Ränder vornehmen und die ein bisschen bearbeiten. Das heißt, hier geht es jetzt darum, so eine Art Vignettierung, Randabschattung zu erstellen. Das werde ich jetzt mal hier über die Effekte machen. Da ist auch die Vignettierung, die ich einstellen kann nach unterschiedlichen Kriterien. Die Lichter Priorität, die übernehme ich jetzt mal hier. Ich werde so minimal den Rand noch ein bisschen dunkler machen, hier rechts und links. Und halt, die nehme ich so ein bisschen zurück. Und das war es an dieser Stelle auch noch. Ich werde jetzt mal hier eine Körnung anwenden, um das Bild noch ein bisschen rauer zu machen. Das darf auch so leicht Körnung mit sich bringen. Die Unregelmäßigkeit, die nehme ich ein bisschen zurück. Ich übertreibe es jetzt an dieser Stelle mal, dass Sie es bei sich im Video auch sehen können. Ich hoffe, es kommt durch. Und hier bin ich jetzt, was die Bearbeitungsschritte dieses Bildes betrifft, fertig. Ich kann es nochmal zurücksetzen, um den Ausgang zu sehen, der natürlich sehr farbintensiv war, beziehungsweise viel Rot in sich getragen hat. Und die Schwarz-Weiß-Lösung hat deutlich mehr Kontrast, ist ein bisschen griffiger. Und das wollte ich Ihnen zeigen. Und das wollte ich Ihnen sagen.